ja herzlich willkommen zu let's play.4 wir machen heute weiter mit den zwei langen strecken 14 kilometer wir sind zu gast in der historischen super serie in schweden haben uns gestern vier rennen angeguckt heute sehen wir uns zwei rennen an aber die wir uns auf jeden fall gerade was die kilometer zahlen was die kilometer zahlen angeht werden so viel in sich haben ich denke die strecke wird auch nicht so einfach werden das ist schon klar aber wir tun unser bestes wieder 14 kilometer die stehen heute zweimal ins haus also das wird definitiv alles andere als einfach werden so wird schon umgehen so wir führen auf jeden fall das ist das allerwichtigste und kann eigentlich weiter legen weiter loslegen 8 minuten auf jeden fall gibt er uns vor als zwischenzeit wird zwar nicht so lang werden wie gestern die folge von der zeit her zumindest nicht aber guck mal mit hartes rennen definitiv zwei harte rennen heute da wird hier mal auf schweden schon die ersten teile auf jeden fall aber kommen wir mal links 4 links 4 links 6 links 5 links 6 links 5 links 6 links 5 links 5 links 6 links 6 links 6 links 6 rechts 6 rechts 6 links 5 es wäre nicht wie der vorscherung mit der weich dass das immer gleich der erste zwischenzeit auf jeden fall so machen wir die nase ein bisschen vorne links 15 links 5 aber der sind zwei sekunden rechts halb über rum mittig halb über rum gerade durchsäcke wir sind aber nicht ja so Die Leitplage haben wir ein bisschen mitgenommen. Jetzt haben wir ein bisschen Luft geholt. Aber schöne Ecke hier. Zum Blub machen wir schon nicht perfekt. Rechts 6, links 6, senke, 80, kumpe. Rechts 6, links 6, durch senke, in rechts 5, übernimmt. In links 6, links 6, kumpe, 80, senke, rechts 6, links 6, kumpe, vielleicht sprung, in rechts 6, links 5. Rechts 5, links 6, überwählen, rechts 5, lang, 80, überwählen, links 6. Ab nun, in links halten, überwählen, rechts 5, lang, senke, links 5, links 5. In rechts 4, in 90 Grad rechts, lang, links 6. Rechts 6, links 6, senke, 80, kumpe. rechts 6, rechts 4, überwählen, links 6, rechts 6, rechts 6, überwählen, links 5, durch senke, 0, 8, rechts, 4, rechts 5, überwählen, sprung, Gruppe 60, mittig halb, überwählen, sprung, 100. Rechts 4, überwählen, links 6, links 5, durch senke, 0, 8, rechts 4, rechts 4, rechts 6, überwählen, sprung, guck. 60, überwählen. Links 3, durchsäcken, kuppern. Rechts 3, durchsäcken, kuppern. Links 2, lang, überwählen. Rechts 4. Links 4, überwählen. Rechts 3, überwählen. In rechts 4, lang, durchsäcken. Links 5, überwählen. 60, abwählen. In links halten, überwählen. Rechts 5, überwählen. Boah, was ist die Strecke, heute. Links 3, durchsäcken, links halten, überwählen. Sprung, Bauchstämme innen. In rechts 4, durchsäcken. In links 4. Rechts 6, in links 5, überwählen. Jetzt wird aber Heftigkeit von der Sicht her. Rechts 6, überwählen. Ich muss mich gerade richtig konzentrieren. Kuppern, rechts 6, überwählen. Gut, dass die Straße schön breit ist hier. Rechts 5, lang, überwählen. In links 6, überwählen. 16, 18, abwählen. Flagsprung, sofort, kehre rechts. Kehre rechts 6. Upsi. Ja, da werde ich noch wie viel Zeit ohne Ende verlieren. Jetzt gerade an der Ecke. Das wird knallrot werden. Da wird zwischen 10 und 12 Sekunden verloren. Ja, 11 Sekunden waren es am Ende. Da sage ich 10 bis 15 Sekunden. Jetzt haben wir auch nicht ohne mit dem Nebel. Links halb, überwählen. Sprung, links 4. In rechts 5, durchsäcke. In links 4, überwählen. 60, Kuppern. Vielleicht Sprung. In rechts 6. Links 5. Rechts 5. Rechts 4, überwählen. In links 5, durchsäcke. Und Achtung. Rechts 4, rechts halb, überwählen. Sprung. Rechts 5, links 3. Durchsäcke. 60, rechts 5. Rennung. Baustelle aus. Jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Wow. 60, rechts 3, durchsäcke. In links 5. Links 6, Melle Kuppern. Rechts 5, lang, überwählen. In links 6, überwählen. 60, rechts 6, überwählen. In links 5, lang, überwählen. Kuppern, Melle. Rechts 6, 60. Links 3, durchsäcke. Links halb, überwählen. Sprung, Baustelle in rechts 4, durchsäcke. In links 4. Rechts 6. In links 5, überwählen. In rechts 6, durchsäcke. Nachung, links halb, überwählen. Sprung, links 4. In rechts 5, durchsäcke. In links 4, überwählen. 60, rechts 5. In links 3, durchsäcke. 60, rechts 5, Wählen. 60, links 6, Wählen. Kuppern, rechts 5, lang, überwählen. In links 6, überwählen. Das habe ich fast gedacht, dass er da noch rein will. Rechts 6, überwählen. 60, rechts 4, kuppern. Links 3, lang, überwählen. In kuppern, Sprung. 60, überwählen. Links 4, überwählen. Rechts 3, überwählen. In rechts 4, lang, durchsäcke. Links 5, überwählen. Achtung, links halb, überwählen. Sprung, links 4. Ah, jetzt muss ich mir wieder ein bisschen zeitig lassen. 30 Sekunden. So, Gott sei Dank im letzten Abschnitt. Aber haben nochmal so ein Monsterding für uns. Kommt 16 mal bisher das längste Mal was hatten. Links 4, in rechts 2, lang, überwählen. Kuppern, links 3, durchsäcke. Rechts 3, durchsäcke. Rechts 5, überwählen. Links 4, lang, durchsäcke. In links 3, überwählen. Rechts 4, überwählen. Rechts 4. In offene Kehre, links. In rechts 5. In links 6, lang, 60. Rechts 6. Bis Ziel. So, der Teil ist anledigt. So, zum Marsch. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. Tolles Left. Bis zum Marsch. Als Backus. Tolles Ergebnis. Okay. Gut, dann machen wir uns heute in den letzten Teil auf. So, der letzte Teil heute mit nochmal 14 Kilometern. Eieieieieie. Aber was für Strecken, ey. Kriegen wir schon hin. Macht ihr keine Sorgen um die äußerlichen Beschädigungen. 5, 4, 3, 2, 1, 9, rechts 5, lang, überwunden, in links 6, überwunden, senken, links 6, durchsenken, in rechts 5, überwunden, in links 6, rechts 4, in links 4, durchsenken, rechts 5, rechts 5, durchsenken, links 3, durchsenken, links 3, durchsenken, links 3, durchsenken, links 6, überwunden, in links 6, überwunden, in rechts 6, überwunden, in links 6, überwunden, in links 6, durchsenken, 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 in Jetzt gerade. Eieiei. Ready? Das Schild da ist immer flüssig. Scheißspansorn. Das ist schon eine ganze Weile so. Auch gestern irgendwann. Nichts lang. In links 4. In rechts 5. Links 6. Kuppel 80 senken. Rechts 6. Links 6. Rechts 4 Kuppel. Links 3 lang. Überwenden. In Kuppel. Sprung 60. Überwenden. Rechts 6. In links 5. Überwenden. In rechts 6. Durch senken. Rechts 6. Überwenden. In links 5. Lang überwenden. Kuppel. Rechts 6. 60. Rechts 6. Überwenden. In links 5. Lang überwenden. Kuppel. Rechts 6. 60. Wenden. Links 5. 60. Rechts 3, durchsenke. In links 5. Links 6, durchsenke. In rechts 5, überwenden. In links 6. Links 4, überwenden. Rechts 3, überwenden. In rechts 4, lang, durchsenke. Links 5, überwenden. Links 4, in rechts 2, lang, überwenden. Links 3, durchsenke. Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Links 5, rechts 5, links halb, überwenden. Links 6, durchsenke. In Kuppe. Einmal kurz nur eine kleine Eskimo-Rolle, passt doch schon. Einmal wach bleiben. Und ja, ich weiß, was eine Eskimo-Rolle ist. In links 5, Runde 50. Achtung, langsam. Kuppe. Sprung. In rechts 4, lang, überwenden. Kuppe. Links 4, 60. Rechts 4, überwenden. In links 5, durchsenke. In links 5, durchsenke. Kuppe. Rechts 4, rechts halb, überwenden. Sprung. Achtung, in links halb, überwenden. Rechts 5, durchsenke. Lang, senke. Links 5, links 4, überwenden. Rechts 3, überwenden. In rechts 4, lang, durchsenke. Links 5, überwenden. Links 3, durchsenke. Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Kuppe. Links 2, lang, überwenden. Links 2, lang, überwenden. Rechts 4. Rechts 4, Kuppe. Links 3, lang, übersenke. In Kuppe. Sprung. 60, überwenden. Achtung, 150. Achtung, langsam. Kuppe. Sprung. In rechts 4, lang, überwenden. Kuppe. Links 4, 60. Rechts 6. 90 Grad, links 3. In links 4. In rechts 5. Links 4, in rechts 2. Lang, überwenden. Kuppe. Links 3, durchsenke. Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Rechts 4, überwenden. In links 5. Durchsenke. Und Achtung, rechts 4. Rechts halb, überwenden. Sprung. Links 6, durchsenke. In rechts 5. Aber alles im grünen Bereich mittlerweile. In links 6. Links 3, durchsenke. Links halb, überwenden. Sprung. In rechts 4. Durchsenke. In links 4. Links 3, durchsenke. Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Kuppe. Links 2, lang, überwenden. Rechts 4. Rechts 5, überwenden. Links 4, lang, durchsenke. In links 3, überwenden. Rechts 4, überwenden. 60. Achtung, in links halb, überwenden. Rechts 5, lang, durchsenke. Links 5. Links 6, durchsenke. Links 5. Links 6, durchsenke. In rechts 5, überwenden. In links 6. Kuppe. Rechts 4, in rechts 6. Links 5. Rechts 5. Wer hat das erfunden hier? In rechts 4, durchsenke. In links 4. Überwenden. Links 6, durchsenke. In rechts 5. Aber vor so 33 Sekunden. Also alles im grünen Bereich. Schweden sollten wir soweit gleich abgeschlossen haben. Komplett. In links 5, durchsenke. Und Achtung, rechts 4. Rechts halb, überwenden. Sprung. Rechts 5, senke. Links 5, lang, kuppe. In rechts halb, überwenden. 60. Rechts 4. In links 4, durchsenke. Achtung, rechts 3, durchsenke. Links 3, durchsenke. Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Kuppe. Links 2, lang, überwenden. Rechts 4. Links 3, durchsenke. Links halb, überwenden. Sprung. In rechts 4, durchsenke. In links 4. Links 5, in rechts 4. In links 4, rechts, lang. Links 6. Links 6, wende, kuppe. Rechts 5, lang, überwenden. In links 6, überwenden. 60. Rechts 6, überwenden. In links 5, lang, überwenden. Kuppe, wende. Rechts 6, 60. Wende. Links 5, 60. Rechts 3, durchsenke. In links 5, rechts 5, in links 3. Links 3, durchsenke. 60. Rechts 5, wende. 60. Wende. Links 5, 60. Rechts 3, durchsenke. In links 5. Links 6, wende, kuppe. Rechts 5, lang, überwenden. In links 6, überwenden. 60. Rechts 6, überwenden. In links 5, lang, überwenden. Oh, kein menschliches Schild. Links 6, rechts, rechts, überwenden. So, gleich den letzten Abschnitt für heute. Ja, die 4 Sekunden, das war mir irgendwie fast klar. Die Zuschauer, die bleiben aber auch einfach stehen. Die sind nicht weggegangen. So, wir sind immer so am letzten Abschnitt für heute. Durchsenke. In links 4, überwenden. Rechts 6, links 6. Senke. 80, kuppe. Rechts 6, rechts 5, überwenden. Links 4, lang, durchsenke. In links 3, überwenden. Rechts 4, überwenden. Und dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Wir sind durch. Und haben jetzt bei Monster-Blöcke für heute erledigt. 8 Minuten und 41 Sekunden haben wir gebraucht. Fast eine Minute Vorsprung. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Und da haben wir jetzt bei unserer Frage, also bei uns міxion, in uns Natasha. 40, versums temptiers dazu. Und Après uns Leute, was ich hier in der Zeit, So, na gut, dann haben wir das auf jeden Fall. Erledigt, liebe Leute. Teil 1 ist erledigt. So, die Kohle, die wir vorhin das Autofeuer ausgegeben haben, die haben wir jetzt wieder drin. Und mit Rails sehen wir uns dann ab morgen wieder um 14 Uhr dann hoffentlich. Bis dahin, auf Wiedersehen bei Let's Blade Dirt 4.